Igel, Igel, ja Manchester, gib mir jetzt dein Geld! Herzlich Willkommen beim Hot Tub Simulator, das Spiel, auf das ihr alle gewartet habt, ja, und in meinem reingeguckt, werden wir da jetzt mal reinschauen. Ich werde heute eure Hot Tub Streamerin sein, die euch richtig das Geld aus der Tasche ziehen wird. Oh, wir dürfen ja erstmal eine Hot Tub Streamerin hier erstellen, Hairstyle, so lange Haare, pink, so schön, Skin, blaue Augen, Skin Tone, so, ja, mal ganz hell machen, so, Chest Size, ach, die wuppeln auch schön, so, machen wir mal eine schöne Größe, ne? So, wir nennen sie E-Girl. Okay, confirm, yes, I am ready. Tutorial, welcome to Hot Tub Simulator, click the screen to earn viewers. Okay, klick, 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 each 25 viewers, you can earn 1 sub, end the stream to earn money from your subs. Buy items in the shop to earn more subs, 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 subs. Geil, die cashen alle rein, okay, klick, 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 oh, da oben, links, gehen jetzt die Viewerzahlen, you're so cute, oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, 15 Viewer schon, that was a good one, haha, ja, ich weiß. Oh, jetzt gleich kriegen wir den ersten Sub, ja, ein Sub, pops, okay, just subscribe, thank you for your subscription, thank you, thank you, oh, you're so cute, thank you for your Sub. Oh, ist das anstrengend. Aber 63 Viewer, da muss sich die Arbeit halt lohnen. Oh, 84 Viewer hatte ich, oh. Ich habe drei Subs bekommen und 10 Dollar und 50 Cent. Next, select Zone. So, kann ich schon was shoppen? Klick, increase Viewers per Click, 1 Dollar, Squats, Level 1. Hier, increase Viewers per Click, versuchen wir das mal. Ich habe noch null Zuschauer, aber jetzt geht es richtig ab. Los geht's! Oh, so wünsche ich mir auch, mein Geld auf Twitch zu verdienen. Oh, los, cash mal richtig rein, ich brauche Geld, um mir einen neuen Bikini zu kaufen. Squats! Oh, das hier. So, ich möchte jetzt gerne hier, kann ich den Nenjong change in Under the Chat Section? Ah, wuhu! So, habe ich jetzt einen, oh, guck mal, ich habe einen neuen Bikini an. Oh, guck mal, ich kann mich so bewegen. Guck mal, yeah, yeah, yeah. So, jetzt nehmen wir eine neue Zone. Oh, das ist schön hier, oder? Oh. So, jetzt werden wir erstmal ein paar Zuschauer ranholen, während wir hier in unserer tollen neuen Badewanne stehen. Ich brauche mehr Geld, Leute, ihr müsst mehr reincashen. Los, casht mehr rein jetzt! Oh, ihr seid so nutzlos. Los, gebt mir jetzt euer Geld. Dann kaufen wir das hier ein. Und Bikini kaufen wir den hier ein. Direkt den wechseln, nice! Uh, jetzt geht es richtig ab. Oh, dann kann ich mir direkt was Neues kaufen. So, wir können jetzt hier eine neue Zone nehmen. Was ist das jetzt? Oh, ein Pool. Müssen wir ein Bikini wechseln. Direkt auf 150 Zuschauer. Wir brauchen die Zuschauer, Leute. Jump! Uh. Oh, jetzt müssen wir hier Herzchen klicken. Jawohl, das gab sechs Satz. Nice. Uh, dankeschön! Oh, 22 Viewer mehr. Nice. Oh, nice. 600 Zuschauer haben wir schon. Wir werden richtig Fame, Leute. Ich sag's euch. Also, ihr macht wirklich nichts anderes, als einfach nur auf die Maus zu klicken, Viewer damit zu generieren, ab und zu mal irgendwo drauf zu klicken, damit die irgendwas macht. Und das war's. Jetzt können wir nochmal die krasseste neue Zone, die wir haben. Oh, nice. Können wir erstmal die Click-Power hier erhöhen. Uh. Jetzt geht's richtig ab. Wuhu. Jawohl, dankeschön. Oh, und erstmal ein bisschen malen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Uh, wir sind über 1000 Viewer. Yay. Jetzt geht's richtig ab. M, 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 M. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen investieren. Danke, oh, geil, ne Donation. Ach, es interessiert mich überhaupt nicht, was die in den Chat schreiben, ne. Die können gar nichts. Die sollen mir einfach nur ihr Geld geben. Uh, 15 Subs. Nice. Uh. Na, überzeugt euch das auch, Hot-Tub-Streamer zu werden? Guck mal, jetzt haben wir einen richtigen Pool schon. Wechseln wir mal direkt den Bikini, dann starten wir mal mit 300 Zuschauern. Okay, was muss ich machen? Okay, wir machen Dance. Wuhu. Yay. Wuhu. Bäm, 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 bäm. Wuhu. Geil. Jetzt können wir uns noch coole Sachen hier leisten. Nämlich, das hier. Nackig sein. Warte. Wuhu, Leute, jetzt wird's heiß hier. Nicht, dass wir jetzt gleich gebannt werden. Bestimmt. Ein paar Jumping Jacks. Ich muss mich nur gleich schnell wieder anziehen, bevor ich gebannt werde. Oh, 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 oh. Wuhu, das war knapp. Noch ein bisschen ASMR. Blow, blow, whisper. Blow. Blow. Whisper. Nice. Was können wir uns denn noch kaufen? Also die teuersten Bikini haben wir schon. Die teuerste Zone kostet eine Million. Ich glaube, wir lassen uns gleich mal ab. Wir schauen mal, wie lange können wir nackt bleiben, dass wir gebannt werden. So, dann gucken wir mal, wie lange wird's... Es braucht bis wir jetzt... Oh. Change Bikinis quicker. Das war jetzt ultra schnell. Das wird's. You got banned. Ja, Leute, ich denke, wir haben genug in dieses Spiel reingeschaut, um zu sagen, dass es ein sehr talentiertes Hot Tub Simulator Game ist. Wenn ihr dieses Spiel auch spielen möchtet, dann holt euch das auf Steam. Es ist nicht teuer. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie ich hier als Hot Tub Streamerin für euch diesen Titel getestet habe, dann freue ich mich über ein Abo und ein Like für das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschaui. Tschaui. Tschaui.